Okay, es ist gerade 17.01 Uhr und ich bin nicht wie gewohnt von meinem Greenscreen, sondern irgendwo mitten in New York. Also das ist halt wirklich der krasseste Ausblick, den ich je gesehen habe. Naja, ich würde sagen, ich fange erstmal heute früh an. So, es ist jetzt 5.20 Uhr frühs, ich habe keine Sekunde geschlafen. Ich bin jetzt hier in Berlin am Hauptbahnhof und werde gleich noch einen Kumpel abholen. Der müsste in genau 16 Minuten da sein. Also ja, bis gleich. Oh, was geht? So, wir sind jetzt hier am Flughafen, nur es gibt ein Problem. Unser Flug geht erst in 3 Stunden. Also ja, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ihr könnt euch wahrscheinlich schon denken, warum wir nach New York fliegen. Und zwar sind jetzt in den nächsten Tagen die Fortnite World Cup Finals. Und ja, wir haben uns einfach mal gedacht, wir müssen da hin. Also ich habe es halt so verlernt mit Vloggen. Das ist so ungewohnt für mich. Naja, dann würde ich sagen, wir sehen uns wieder im Flugzeug. So, wir sind jetzt endlich im Flugzeug und der Flug dauert ungefähr 9 Stunden. Also wir haben auf jeden Fall richtig Bock. Naja, dafür können wir dann auch erstmal schlafen. Also ja, bis dann. So, wir sind jetzt endlich in New York am Flughafen angekommen. Und schaut euch mal das an. Wie wir riefen hier im Park. Oh mein Gott. Alter. Also das hier alles könnte ja eigentlich noch Deutschland sein. Aber ich bin nicht da. Oh mein Gott. Und ich bin nicht da. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh, da gibt es wohl ein bisschen viel Stockwerke, also wir sind im 35. Ja, dann sind wir auf jeden Fall angekommen und jetzt sind wir hier und ich würde sagen, ich zeige euch erstmal das Zimmer. Ich glaube, wir sind hier im 35. Stock oder so, das ist auf jeden Fall das Zimmer 3503, also ich würde sagen, wir gehen erstmal ins... Hast du die Karte? Nein, jetzt müssen wir klingeln. Yeah. Wir klingeln darf natürlich auch nicht mehr. Oh, es geht. Also, hier zwei Betten. Das Ding ist, wir sind zu dritt, zwei Betten, das heißt zwei müssen in einem Bett schlafen, auf jeden Fall ihr beiden. Also hier ist Holzbad, ganz normal. Dann hier, dieser geile Ausblick. Dann hier daneben so ein ganz großer Spiegel. Wir haben hier einen Fernseher, ich denke, den werden wir eh nicht benutzen, wir werden eh die ganze Zeit draußen sein. Keine Ahnung warum, aber die haben hier nur dieses komplett überteuerte Wasser. Ich habe so eine kleine Flasche, kostet einfach 5 Euro oder so. Und es ist jetzt 17 Uhr, das heißt in Deutschland ist die Zeit 6 Stunden vor, das heißt in Deutschland ist es jetzt 23 Uhr. Ja, das ist auf jeden Fall ein bisschen verwirrend. Morgen wird der erste Tag vom World Cup sein. Da werden wir morgen auf jeden Fall auch hingehen. Na, ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal ein bisschen raus, die Stadt anschauen, was essen und ja, bis gleich. Und so, wir sind jetzt gerade bei Joey's Pizza, das ist diese Pizza aus Spider-Man. Und so sieht die Pizza aus. Wie schmeckt es euch? Ich habe noch nie so eine krasse, also ohne Witz, ich habe gedacht, die ist nicht so krass, aber die schmeckt einfach anders. Also schaut euch das mal an. Das ist das höchste Gebäude in New York. Alter, man kann glaube ich gar nicht die Spitze erkennen. So, wir sind jetzt auf jeden Fall auf dem M. Brugger State Building und... Alter, das ist New York. Oh. So, wir sind jetzt auf jeden Fall im Walmart und ich muss leider mit meinem Handy filmen, weil meine normale Kamera ein bisschen zu groß ist und ich hatte jetzt keine Lust, die mitzunehmen. Und es ist einfach alles hier so riesig und die meisten Sachen gibt es einfach gar nicht in Deutschland. Sour Patch Nerds, die sind ja mega bekannt in Amerika. Warte, was? Arizona Chips. Was? Hä, seit wir machen die Chips. Aber wir werden auf jeden Fall gleich wieder ins Hotel zurückfahren, weil wir sind mega müde. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen. So, es ist jetzt der nächste Tag und es ist echt mega, mega viel passiert. Wir waren zum Beispiel vorhin bei Gucci, es wollte sich eigentlich nur einer neue Schuhe holen und jetzt hat sich einfach jeder welche geholt. Ja, mega nice auf jeden Fall und es ist jetzt 15 Uhr. Ja, wir gehen jetzt auf jeden Fall erstmal was essen und dann später um 17.30 Uhr ist dann diese Pro AM. Dann morgen ist auf jeden Fall Duos und übermorgen ist Solo. Wir sind halt echt einfach mitten in New York, man hört durchgehend irgendwo Sirenen oder so. Also ich kann es dir nochmal sagen, ist auf jeden Fall mega krass hier. Und es sind auch überall diese Leute, die wollen irgendwelche Sachen verkaufen. Alter, schaut mal da runter in die Kanalisation. Da ist eine Ratte. Es sind halt so viele Ratten. Okay, wir werden jetzt auf jeden Fall das erste Mal Ruko anfahren in New York. Okay, wir haben uns jetzt auf jeden Fall hier Karten besorgt. Alter! Das Lustige ist halt einfach, wir können überall Deutsch reden und niemand versteht uns. Keine Ahnung, was macht eigentlich der Mann da neben dir? Guck mal in deinem Handy, was er da macht. Wie findest du eigentlich die Frau gegenüber von dir? Wie findest du eigentlich die Frau gegenüber von dir? Süß. Tatsächlich, ja. Ich kann einfach sagen, was wir wollen. World Cup Finals. Wir sind da. Okay, wir bekommen hier gerade so Battle Pass-Armbänder. Also wir haben hier den Season 10 Battle Pass schon mal bekommen. Und 2000 Vibachs noch dazu. Ah, und noch so ein Spray. Alter! Und dann hier noch irgendwelche Sachen. Keine Ahnung, was das ist. Wir sind zum Stadion. Keine Ahnung, ob die Frau mich überhaupt versteht. Das Ding ist, er hat keine Ahnung, wie vor der Hitze. Er ist einfach nur mit dabei. All right, das ist ein Spray. All in dem Spiel, all in dem Spiel, no delay. But I'm saying, free number one, Marshmallow. And Ninja, it's an Airwalks. And on the other side, the winner's from the Summer Block Party. And I mean, hey, hey, they're on out of the medicine. Oh my god! He got it, here he is! He's an Airwalks! Basically, we're just going to try to take down everyone we can. And now we're going to play really aggressive throughout the whole thing. Looking for the weaker players, I guess you could say. Wir haben auch das Chuck Splashen für ihn und das Teamate, dass wir ihn nicht mehr tun haben. Das ist eine große Herausforderung. Das ist eine große Herausforderung. TeeFu hat die Angle. Er hat die Perspektive. Er hat die Combat Shot. Er hat die Hände. Er wird auf der Run. Das ist was TeeFu macht. Er ist in der Lage. Oh, es ist Chuck. Er ist eine große Herausforderung. Elimination Nav. Er hat 2 in der Zone. 6.4. Oh! Das ist gut. Das ist gut. Wir haben einen Ruckablauch. Wir haben einen Ruckablauch. Das war's vor. Das war es schon, dass da Mike de Vare aus wäre. Er ist nämlich Nummer 4. 3 auf 10! Game 1. Dumination! Von der Highgrounds. Und sie alle verbunden. Mannschaft, auf die TeeFu. Nun geht's, die Knoten bis zum Platz. Das ist ja nicht raus. Es hat für mich, da der abouten Biste. Ich habe keinen Grund noch dazu gesehen. Es gibt hier einfachen, sonst sie werden von der Topste partieren. Und jetzt, auf der TeeFu. Und jetzt kann ich TeeFu. Er ist die Strategie. Wir haben die in der Fortnite World Cup Online Qualifizierung. Das war's für die High-Ground. Er hat sich selbst auf 5-1 und 8. Er hat sich in die Augen zu finden. Das ist die Augen zu finden. Das ist was Tee Kuhn für Blankfeld. Early High-Ground position. Holds hier und er ist nicht bereit zu gehen. Da es ist. Oh, das ist gut. Oh, das ist gut. Das war's für die Augen. Er hat Shadowbombe. Das war's für mich. Der High-Ground ist ein Abstand. Das war's für mich. Das war's für mich. Das war's für mich. Das war's für mich. Es ist jetzt hier zu den letzten drei Spieler. Wir sehen uns Tee Kuhn für Klub C-Welving. Und Jakob ist in der High-Ground. Du hast es nicht mehr als 3 hier. Du hast es nicht mehr als 3 hier. Du hast es nicht mehr als 3 hier. Das ist ein Problem. Jakob ist es hier zu sehen. Er hat sich auf den Tee Kuhn. Er hat sich auf den Tee Kuhn. Er hat sich auf den Tee Kuhn. Der High-Ground. So, wir sind jetzt draußen. Morgen geht's auf jeden Fall weiter mit dem richtigen World Cup. Also, das waren jetzt nur irgendwelche Bekannten, die gespielt haben. Aber morgen ist dann Duos und übermorgen ist dann Solo. Aber naja, ich würde sagen, an dieser Stelle endet auch schon der Vlog. Ich glaub, der Vlog ist ein bisschen chaotisch geworden. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Falls Jakob geht gerne noch runterlassen. Und wir sind kurz vor den 400.000 Abonnenten. Ich vergesse auf jeden Fall nicht zu abonnieren. Um nicht mehr zu verpassen. Ich sehe dich. Ich sehe dich. Ich sehe dich. Ciao.